Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, ich bin am Sitzen und wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt, geht es heute um die Spoga. Für die Leute, die nicht wissen, was die Spoga ist, erkläre ich euch alles nach dem Intro. Viel Spaß beim Zusehen. Also, die Spoga Horse ist eine Sport- und Gartenmesse in Köln. So, das ist für uns, sage ich mal, im Reitsportbereich so ziemlich, also für die Fachhändler, so ziemlich die wichtigste Messe, die du so im ganzen Jahr haben kannst. Früher gab es immer zwei Messen, eine im Frühjahr, eine im Herbst. Jetzt ist es aber so, ursprünglich hätte das jetzt die Frühjahrsmesse sein sollen. Aber ich glaube, Corona-bedingt war es noch, wenn man das immer noch so sagen kann, oder kriegsbedingt, ich bin mir nicht ganz sicher, wurde die verschoben und war jetzt vergangenes Wochenende am Ende oder vorletzte Woche im Juli. So, und die ist jetzt die letzten zwei Jahre ausgefallen, Corona-bedingt. Und da habe ich gesagt, gut, ich ergreife die Chance, ich fahre mal wieder hin, gucke mir das alles mal wieder an, ob es was Neues gibt. Und es ist natürlich auch immer schön, so ein bisschen Shaking Hands zu machen, überall rumzugehen und alle mal wiederzusehen. Gesagt, getan, bin ich hingefahren und habe dann frühmorgens direkt um neun gestartet. Da war natürlich noch schön alles leer. Es war generell etwas leerer als die letzten Jahre. Die Hallen waren auch nicht ganz gefüllt, weil einige Aussteller, von denen ich gehofft hatte, dass sie da sind, leider auch nicht da waren. Also habe ich angefangen und mein erster Weg ging direkt zu Stippen an den Stand. Da habe ich Johannes und Jan getroffen, das sind die beiden Geschäftsführer von Stippen. Und die haben mir erst mal die neuen Produkte gezeigt. Ich habe mir die ganzen Sättel angeguckt und, also ich muss wirklich sagen, der Stand war mega schön aufgebaut. Stippen schreibt sich ja dieses Custom-Made ganz groß auf die Fahne. Und da würde ich auch mal sagen, tun sie ihrem Namen aller Ehren damit. Man kann ja die Sättel heutzutage, gerade bei Stippen, so individuell gestalten, dass man schon fast, also vor allem was die farbliche Gestaltung angeht, fast so in diese Maß-Sattel-Geschichte wirklich ganz tief eintaucht. Und auch bis hin zu den Möglichkeiten, die man halt am Sattelkissen ändern kann. Man kann den Baum anders gürten lassen. Also ich würde schon sagen, da ist man von einem Maß-Sattel gar nicht mehr so weit entfernt. Aber da kann man auf einem anderen Thema nochmal dazukommen, denn was Stippen angeht, kommt demnächst eh noch ein bisschen mehr hier bei unseren Videos. Aber dazu später oder in einem anderen Video mehr. Neues Sattelmodell haben sie mir gezeigt. Das ist einmal der neue Zenturion, der Zenturion 2. Es gab ja auch schon den Zenturion 1, den blenden wir hier mal ein. Zenturion 1, ja, ich fand es ein bisschen unglücklich mit dem Sattel, weil die Idee ganz cool, so einen Monoblatt-Sattel von Stippen zu bauen als neues Modell. Hat aber nicht so ganz funktioniert, weil die Konstruktion, so wie das gebaut war, mit der Pausche und dem Sattelblatt für viele einfach nicht so ideal war. Dann wurde das Ganze nochmal überarbeitet und rausgekommen ist jetzt dieser neue Sattel, der Stippen Zenturion 2. Man sieht schon vom Design, also es ist eigentlich ein komplett anderer Sattel, was gleich geblieben ist, ist das Monoblatt. Die Pausche, die jetzt oben drauf sitzt, die kann man auch verändern mit zwei Schnellverschlüssen, um die sich wirklich so einzustellen, wie man das gerne hätte. Finde ich wirklich eine ganz coole Sache. Der Sitz wurde komplett überarbeitet, die Kissen wurden komplett überarbeitet. Das Kissen-System hat für mich auch Hand und Fuß, bin ich mir auch sehr sicher, dass es funktioniert. Man hat auch hier die Möglichkeit, den Sattel mit dem Schulter-Ausschnitt von dem Adamus 2 GP zu bestellen. Finde ich auch eine sehr coole Sache. Man kann ihn eben mit diesem neuen Kissen bestellen, das vorne ein Keil eingenäht ist, um einfach ein bisschen mehr Volumen zu kriegen vorne. Oder man nimmt ein ganz normales, einfaches Standardkissen. Ändert am ganzen Preis so oder so, meines Wissens stand heute nichts. Danach ging es weiter. Es gab noch ein neues Vorderzeug und einen neuen Sattelgurt. Das habe ich jetzt nicht so im Detail gefilmt. Das könnt ihr euch bestimmt aber bald auf der Seite von Stüppen anschauen. Da ist ein Patent mit reingeflossen, dass quasi das Pferd nicht mehr im Vorderzeug hängenbleiben kann, sondern wenn das Pferd in das Vorderzeug treten sollte, löst es aus und es ist immer komplett frei. Aber den Zug nach oben hält das Ganze bis zu einer Tonne Gewicht aus. Also cooles Patent. Glaube ich wirklich, dass es auch funktioniert. Und bin mal gespannt, wieso das Feedback in der Resonanz ist, wenn es dann auf dem Markt draußen ist. Dann ging es für mich direkt weiter zu ARA+. ARA+, waren wir auch erst vor ein paar Monaten zu Besuch. Oder besser gesagt, ich war zu Besuch und habe mir das Ganze angeguckt. Und die haben jetzt auch ein neues Modell auf den Markt gebracht und zwar den Connect WR, also sprich Connect WR. Das ist mehr oder wenig optisch erstmal fast der gleiche Sattel wie vorher, außer dass wir so ein paar kleine Zielelemente noch mit drin haben, die es vorher noch nicht gab und auch bei dem anderen Connect nicht verfügbar sind. Der Sitz wurde nochmal etwas überarbeitet und das ganz besondere Key Feature an diesem Teil ist, dass vorne wie so eine Art Wings eingebaut worden sind. Also sprich, wenn man sich das vorstellt, Sattelbaum vorne, Sattelbaum hinten. Da fängt das normalerweise hier an, geht hier hoch, geht hier hinter und geht hier hoch und ist maßgeblich für die Form des Sattelsitzes. So, normalerweise, jeder Sattelbaum geht immer hier so hoch, hier rüber, hier so das Steigbügelschloss. So, und bei den ARA+, bei dem neuen Sattelbaum sind Wings eingebaut. Da ist quasi im vorderen Dreieck unterhalb vom Bügelschloss, also sprich Ortsende, Sattelbaumende, bis, ja, so ein bisschen hinters Bügelschloss, ist quasi wie so ein Dreieck gespannt. Das Kissen wurde demnach noch überarbeitet bei dem Sattel und es wurden Tests durchgeführt. Also das Modell ist schon länger in Testung bei ARA+. Dass bei mehr oder weniger allen Pferden, die mit dem neuen Sattel geritten worden sind, im Vergleich zum vorherigen Connect, 25% weniger Druck im vorderen Bereich zustande kam. Jetzt würde ich sagen, das kann man nicht 1 zu 1 auf jedes Pferd ummünzen, aber es ist auf jeden Fall eine ganz interessante Technik, die man sich wirklich auch mal genauer anschauen sollte. Also ich habe mir auch direkt von den Sätteln mal drei Stück bestellt. Ne, zwei habe ich mir bestellt, einmal ein Monoblatt und einmal mit Doppelblatt. Und dass wir den auch zum Testen hier haben, dass sobald der Sattel da ist, das wird wahrscheinlich Ende des Jahres, weil die Auftragsbücher auch da wie überall voll sind, dass wir den einfach mal testen können. Und ich bin, wie gesagt, ganz gespannt drauf. Die Gurtstupfe wurde in dem Zuge auch nochmal umgearbeitet, also die Position der Gurtstupfe wurde umgearbeitet. So dass man das wirklich gewährleisten kann, dass einfach vorne nahezu, also kein Druck wäre jetzt falsch, aber dass der Druck, der vorne im vorderen Bereich aufgenommen wird, einfach immer weiter verringert wird. Auch den neuen Connect kann man, wie wir schon im letzten Video gesagt haben, mit diesem Anatomy-Kissen bestellen und mit diesem kurzen Kissen, das geht alles. Genau. Ich habe mir den jetzt, oder beide mit Anatomy-Kissen bestellt, aber normal langen Kissen. Ansonsten gab es noch neue Steigbügleriemen, die habe ich jetzt auch nicht weiter abgefilmt. Die sind jetzt komplett aus Bullenleder, fühlen sich ultra stabil, aber zudem sehr, sehr weich an. Also ich glaube, ich hatte keinen anderen Steigbügleriemen in der Hand, der so dünn war, sich so angenehm angefühlt hat und zugleich trotzdem so robust und stabil. Also ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Haben wir auch eine ganze Menge bestellt, weil ich bin überzeugt davon, dass der gut ankommt. Und haben wir auch bald bei unserem Sortiment. Dann ging es weiter, dann bin ich so ein bisschen durch die Messe geschlendert. Dann war ich bei Bates am Stand. Da haben wir nur ein paar Sattel bestellt, weil da gab es jetzt nichts bahnbrechendes Neues, also auch nichts, was ich euch hier jetzt leider zeigen kann. Es gibt den Artist jetzt mit Silberpiping, also sprich der Einfass vorne, Einfass hinten und der Keder in Silber. Das war aber auch so das Einzige. Da haben uns aber gleich nochmal ein paar Artiste bestellt, weil das ist auch ein Sattel, der wirklich echt gut geht bei unserem Programm und auch sehr gut bei Reiter und Pferd ankommt. Dann ging es weiter zu Prestige. Da habe ich mich auch ein bisschen umgeguckt. Die haben auch drei Modelle auf den Markt gebracht, drei neue. Einmal einen neuen Springsattel, den ich sehr, sehr interessant fand. Der hat jetzt im vorderen Bereich, ist er so ein bisschen geschnitten wie ein französischer Sattel. Also sprich das, was über der Schulter liegt, der Vorschnitt des Springsattels, ist wirklich sehr, sehr flach gehalten. Mit einem dünnen Polster drunter, ist dann einmal abgenäht, dass man quasi so ein bisschen Schulterfreiheit generiert, was ich mir auch wirklich vom Konzept sehr gut vorstellen kann. Sieht auch ganz interessant aus, der Sattel. Dann gibt es einen neuen Dressursattel, den Melody. Den fand ich jetzt auch nicht schlecht. Habe ich mir aber ehrlich gesagt gar nicht so im Detail weiter angeguckt. Also sah ganz nett aus. Und dann gab es noch einen neuen Pony-Sattel in 15 und 16 Zoll. Der heißt, ich weiß es nochmal, ich weiß es nicht wie er heißt. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Pony-Sattel, kann man eine 15 und 16 Zoll bestellen. Würde ich mal behaupten, ist so ein bisschen moderner vom Schnitt und von der Aufmachung im Vergleich zum Lucky Idol. Weil der Lucky Idol ist ja schon, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und mit dem neuen Pony-Sattel kann man glaube ich schon bei dem einen oder anderen Pony gut was reisen. Und das auch wirklich zu einem sehr ansprechenden und akzeptablen Preis. Und dann ging es weiter. Zu wem ging es denn dann weiter? Ich habe mich dann generell so ein bisschen umgesehen auf der Messe. Dann war ich bei unserem Überzug-Sattelschoner-Lieferanten. Habe mit dem ein bisschen gequatscht, weil ich da eine ganz coole Idee hatte für einen neuen Sattelschoner. Da bin ich mal gespannt, ob er das alles so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn ja, wird es wirklich eine echt geile Kiste. Also da bin ich so gespannt drauf. Und ich glaube, der würde euch auch bestimmt ziemlich gut gefallen. Zum einen sieht er cool aus, das ist aber Geschmackssache. Und zum anderen hat er ein ganz cooles Key-Feature, wo ich aber jetzt noch nicht weiter darüber reden will. Weil wenn das so kommt, dann habe ich das noch bei keinem anderen Sattelschoner gesehen. Also das ist wirklich was, wo ich sage, könnte gut funktionieren. Bin ich sehr gespannt. Wird aber, wenn es dazu kommt, noch, ich würde mal sagen, ein paar Monate auf jeden Fall dauern. Da redet man wahrscheinlich schon so über ein halbes Jahr ab, bis das dann alles hier bei mir ist. Ja, dann war wie gesagt viele Hersteller leider gar nicht da. Ich hätte bei Amarigo gerne mal reingeguckt. Ich hätte bei Sommer gerne mal reingeguckt. Weil da wollte ich mir die Sättel eigentlich auch nochmal so ein bisschen näher anschauen. Weil wir auch darüber nachgedacht haben, ob wir die vielleicht ins Programm mit aufnehmen oder nicht. Weil ich habe ja hier Mädels, die bei Sommer gearbeitet haben. Und so das eine oder andere Modell hätte mir dann doch schon ganz gut gefallen. Ja, dann waren wir noch bei Cannabis. Habe ich mir die neuen Sättel mal angeguckt. Die sind ja jetzt quasi, die Firma ist ja bei manchen so ein bisschen tot, geglaubt, tot, geschwiegen. Das waren sie auch eine Zeit lang. Dann hat es jetzt aber jemand anderes übernommen und lässt das Ganze quasi wieder mit dem alten Flair, neuer Qualität, frisch aufleben. Ich muss sagen, die Sättel haben sich alle qualitativ sehr gut angefühlt. Also wirklich sehr, sehr gut. Lederqualität hat mir sehr gut gefallen. Auch die Verarbeitung war wirklich deutlich besser als früher. Also die Reihe früher zuletzt nicht schlecht, aber ganz früher war sie bescheiden. Dann wurde sie immer besser. Bis hin zu dem, wo ich gesagt habe, die sind jetzt echt gut. Auch wirklich meine gleichbleibende Qualität. Dann ging es ein bisschen hin und her mit der Firma. Und jetzt sind sie wieder bei jemanden in Händen, wo ich glaube, dass das wirklich ganz gut funktioniert. Haben wir uns auch einige Modelle bestellt. Da haben wir ein paar VS-Modelle bestellt. Wir haben, oder ich sage immer wir, ich war ja alleine da. Ich habe mir ein paar VS-Modelle bestellt. Ich habe mir noch ein paar verschiedene Dressur-Modelle bestellt. Ich habe mir auch so einen Wanderreizsattel mal bestellt. Wirklich alles coole Sättel. Und ich bin mal gespannt, wie das auch funktioniert, wie das läuft mit denen. Weil von früher, das hat ja eigentlich immer ganz gut geklappt, weil man da wirklich, meines Erachtens, einen sehr guten Sattel für einen sehr akzeptablen Preis hat. Und ich hoffe, das bleibt auch im Großen und Ganzen so. Es wurde jetzt schon gesagt, dass die Sättel noch mal ein kleines bisschen angehoben werden vom Preis. Wegen der aktuellen Lage einfach. Muss ich glaube, ich kann einem erzählen. Ja, aber da kommt ein ganzer Schwung. Ich glaube, ich habe insgesamt sieben oder acht Modelle bestellt. Wirklich von auch tiefpreisig. Da sprechen wir dann bei einem vollwertigen Ledersattel einen Verkaufspreis von 1700 Euro in etwa bis hin zu den Mittelklasse-Modellen, die so zwischen 1,8 und 2,5 liegen. Und dann haben wir auch welche bestellt, die so bei drei, dreieinhalb liegen. Alles cool gemacht. Ich bin mal gespannt, wie die so ankommen. Ich glaube, das wird ganz gut laufen mit den Sätteln. Dann bin ich noch mal ein bisschen bei Celery I Keep vorbeigelaufen. Hat mir da das eine oder andere noch mal angesehen. Ist auch mal so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich die Sättel cool. Mein Konzept ist es aber ja, dass ich quasi Sättel anbiete oder verkaufe, die ich im Nachgang auch noch voll ändern kann, einstellen kann. Und vor allem auch über die Polsterung und den Service einfach den Kunden dahingehend betreuen kann. Wenn es ein Problem gibt, können sie zu mir kommen. Und Celery I Keep hat halt Latexkissen. Und ja, auf der einen Seite schon cool irgendwie, weil wenn der Sattel passt, dann musst du am Sattel auch nichts ändern. Wenn ein Pferd sich aber über das Training verändert und wir da einfach irgendwie sagen, okay, das Pferd hat sich jetzt so verändert, wir kommen da nicht weiter, müsste man halt ein neues Kissen bestellen oder ein anderes Kissen. Das ist einfach nicht so meins. Also ich bin immer so kurz davor zu sagen, jo, wir machen das. Aber irgendwie das Letzte schreckt mich dann doch so ein bisschen ab, weil ich habe ja über das Lager, wo ich noch Sättel beziehen kann, haben wir bestimmt 10, 12 Mark im Angebot. Und ich glaube, das ist schon wirklich mehr als der Durchschnitt auf jeden Fall. Das bin ich mir sehr sicher. Und ich weiß halt nicht, ob man irgendwie in jedem Bereich irgendwo mitspielen muss, nur um es halt anbieten zu können. Da gibt es mit Sicherheit andere Leute, die sich dann darauf spezialisiert haben und dann dementsprechend noch mehr Modelle vorrätig haben, als wenn ich da jetzt so 2, 3 Modelle bestelle und sagen kann, ich habe sie dabei. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann in Zukunft. Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, dann ging mein Messetag auch schon so ziemlich zu Ende. Also da gab es natürlich auch noch viel andere Sachen. Es gab viel Klamottengeschäfte, es gab viel Helme, es gab viel Zubehör. Da habe ich mich überall so ein bisschen umgeguckt, bin aber der Meinung, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und dann bin ich am Ende, habe ich gesagt, so jetzt gehst du jeden Gang nochmal durch, nicht, dass du irgendwas vergessen hast und guckst du nochmal ein bisschen. Dann habe ich ganz hinten so in der letzten Ecke, wo ich gar nicht so dran gedacht hätte, bin ich bei Patrick Settlery stehen geblieben. Und das ist eine Sattelmarke, da bin ich schon vor 3 Jahren, als ich das letzte Mal auf der Messe war, drüber gestolpert. Vor 4 Jahren habe ich die auch schon mal gesehen, dachte mir immer so, na, sollst du oder sollst du nicht? Und dadurch, dass wir einfach so ein Problem haben mit Albion, dass man die Kommunikation, das schier gar nicht vorhanden ist, auf die Settel teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr und länger wartet und alles uns ein bisschen im Ungewissen ist und die Kommunikation nach Deutschland einfach unterirdisch bescheiden ist, was ich auch von Händlerkollegen mitbekommen habe, dass die alle wirklich echt leicht sauer sind. Haben wir uns dann dazu entschieden, also ich beziehe Albion nicht direkt, ich beziehe das über eine Großlage, aber auch da laufen dann natürlich dementsprechend Bestellungen und das war zuletzt einfach ein bisschen schwierig. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte gern noch mit einem Engländer zusammenarbeiten, weil die Engländer wissen einfach, wie man Settel baut, die wissen, wie es geht und ich habe auch immer so ein bisschen mit Custom Settlery geliebäugelt, aber gut, Custom kommt jetzt nicht speziell aus England, das ist ja eine holländische Firma, wenn ich jetzt nicht ganz lüge, aber diesen Stil, wie Custom gebaut ist, also sprich, dass du so ganz nah am Pferd bist, dass du das Sattelblatt, was ja eigentlich letztendlich das Schweißblatt ist, mit aufgesetzter Pausche, so im Kissen direkt integriert ist. Ach, das war schon was, wo ich gesagt habe, sowas hätte ich eigentlich echt gern. Ich bin aber von Custom, die Reiter, die drin sitzen, finden sie meistens alle wirklich sehr gut, weil du halt dieses Gefühl hast, so ganz nah und eng am Pferd zu sitzen. Ich hatte aber schon so ein paar Pferde, die einfach gerade im vorderen Bereich da Probleme bekommen haben. Das muss jetzt nicht pauschal für alle Sättel von denen gelten. Das waren halt so zwei, drei, die ich gesendet habe, wo ich mir dachte so, na, ist okay, aber geht bestimmt auch noch besser. Und wie gesagt, Patrick Settlery habe ich vor Jahren schon immer mal wieder gesehen und dachte aber so, na, eigentlich hast du ja Albion und da kannst du eigentlich auch gut mit dienen. So, Albion, wie gesagt, das Thema ist für mich fürs Erste jetzt vom Tisch. Patrick Settlery, würde ich erstmal sagen, Daumen hoch. Die sehen mega geil verarbeitet aus, die, also Verarbeitung wirklich auf allerhöchstem Niveau, haben schlussendlich drei Modelle, sieben verschiedene Sattelbäume, also du kannst jeden dieser drei Sattelmodelle mit den verschiedenen Sattelbäumen kriegen. Kannst dementsprechend andere Kissen drunter haben, kannst dir das Ding voll customizen, kannst irgendwie aus fünf verschiedenen Ledersorten wählen, kannst dir den Sattel sogar voll auf Maß bauen lassen, also sprich, dass die Pausche komplett an deine Anatomie angepasst wird, so wie du es brauchst. Da gibt es dann quasi den Mustersattel dafür, wo die Pausche draufkommt, und man anhand dessen bestellen kann. Lieferzeit auch echt gut, also hieß es irgendwie zwischen 12 und 14 Wochen, habe ich mich reingesetzt in die Sättel, habe mir ein bisschen was erklären lassen. Es gibt auch ultra viele verschiedene Pauschenblöcke, also verschiedene Pauschenblöcke, ganz viele, verschiedene Bäume, sieben Stück, verschiedene Sattelkissen, waren es glaube ich vier oder fünf. Und wie gesagt, alles mehr oder weniger mit drei Modellen. Alles drei Monoblattmodelle, einmal vom Stil gebaut, wie es bei Custom ist, also dass du so ganz nah ans Pferd rankommst und dass das Schweißblatt im Kissen mit eingearbeitet ist und die Pausche oben drauf sitzt. Dann ein Sattelmodell, wo quasi das Kissen unten separat ist, das Sattelblatt drüber gearbeitet ist, also sprich, viel wie so bei französischen Kissen, und dann vorne mit einer Kletttasche, dass man die Pausche reinkletten kann. Sieht von außen aus wie quasi ein Zwo-Blatt-Sattel, ist aber ein Monoblatt-Sattel mit Kletttasche vorne. Und dann gibt es noch einen, auch Monoblatt-Sattel, Pausche oben drauf, auch wieder quasi Sattelblatt über dem Sattelkissen. Dass du zwar auch nah am Pferd bist, aber nicht ganz so nah wie bei der anderen Variante. Bisschen gequatscht mit denen, haben uns auch gut verstanden, haben auch so in etwa in die gleiche Richtung gedacht, gesprochen und habe gesagt, gut, wir machen das, ich habe mal zwei Sattel bestellt und da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf, dass ich das noch gesehen habe, dass ich da wirklich nochmal gesagt habe, ich laufe überall nochmal durch. Und ich hätte schon gedacht, ich muss ohne Engländer nach Hause gehen, aber siehe da, wir haben einen gefunden und ich freue mich wirklich sehr drüber und ich kann es kaum abwarten und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch vom Video. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Hier unten ist euer Platz für Fragen, Kommentare, Anregungen. Tauscht euch gern mit uns aus. Ich freue mich drüber und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.